Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch Ideen gebe für euer ganz eigenes Team in Pro Cycling Manager 2022. Und zwar, was dafür notwendig ist, ist, wenn ihr hier auf Karriere geht, solltet ihr WorldDB 2022 runtergeladen haben aus dem Steam Workshop. Genau, dieser Punkt ist wichtig, weil wenn ihr jetzt eben diese Datenbank auswählt, dann habt ihr nicht nur die ganzen echten Namen und aktualisierte Stats und so weiter, sondern hier unter diesem Tab Benutzer definiert, der hat es jetzt gerade kurz geleckt, habt ihr auch eine Auswahl an, also eine ganz besonders große Auswahl an ganz vielen Datenbank. verschiedenen Teams mit echten Sponsoren. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein paar von vorstellen. Als allererstes möchte ich euch Specialized Racing vorstellen. Specialized Racing ist tatsächlich ein Brand, die vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt vorkommen könnte. Wir statten sehr viele der Profi-Teams aus mit eben den einen oder anderen Radutensilien und sind natürlich darin auch spezialisiert. Haha, naja, wie ich finde, auch ein sehr cooles Branding und eben auch hier ein sehr cooles Trikot. Wirklich ein nice Design, das ist ziemlich feier. Kommt was für den USA, würde ich aber sagen, könnte man eigentlich ein internationales Team aufbauen und wahrscheinlich schon direkt in der World Tour starten oder pro Continental, je nachdem wie ihr Bock drauf habt. Aber ich glaube, Continental wäre nicht so realistisch, ehrlich gesagt. Als nächstes Team habe ich hier Tissot mir ausgesucht. Auch Tissot eben schon in der Verbindung zum Radsport. Wir sind ja zum Beispiel als Sponsor auch bei der Tour de France dabei. Was so Thema Zeitmessung und sowas angeht, da sieht man den Namen immer wieder. Sind da schon so ein bisschen im Game drin. Übrigens hier diese Streifen sind auch dabei. Sunweb hier als ganz kleiner Sponsor dabei. Ist eine Überlegung wert. Hat natürlich ein bisschen Ähnlichkeiten auch mit DSM-Dustrikot. Na gut. Aber auch da so ein Schweizer Team mal aufzubauen, ist glaube ich eine coole Aufgabe, eine coole Challenge. Man hat da so einen Stefan Künger, Stefan Bissiger und so weiter und so fort. Auch hier würde ich vorschlagen, wahrscheinlich schon in der World Tour zu starten. Allerdings, glaube ich, sind hier mit allen Level irgendwie möglich. Auch pro Continental kann ich mir besonders gut vorstellen bei Team Tissot. Aeromobil ist vielleicht ein Sponsor, der nicht ganz so bekannt ist. Die sind daran interessiert, eben Autos herzustellen. Und die auch gleichzeitig fliegen können. Also irgendwie eine ziemlich coole Sache an sich. Andererseits, Aeromobil-Cycling-Team, deswegen habe ich mir vor allem ausgesucht. Und eigentlich quasi nur deswegen, wenn wir ehrlich sind. Weil ich die Idee cool finde, als slowakisches Team ein neues Team, um Peter Sagan aufzubauen. Wahrscheinlich hier auch dann pro Continental am ehesten. Dann mit Sagan, natürlich mit seinem jüngeren Bruder Juraj Sagan mit dabei. Jüngeren? Ich weiß gar nicht mehr, ob das steht. Ich glaube nicht mal. Auf jeden Fall mit auch seinem nicht so sehr bekannten Bruder Juraj Sagan, den er aber immer mit als Helfer an der Seite hat. Mit Matschel Botnar, der auch immer mit dabei ist. Und so weiter und so fort. Und vielleicht auch das nächste slowakische Talent, vielleicht den nächsten Peter Sagan mit auszubilden. Kann ich mir ziemlich, ziemlich cool vorstellen. Gerade pro Continental mit Peter Sagan und so. Das glaube ich macht richtig viel Spaß. Und ist einfach eine nice Idee. Und nun möchte ich quasi vielleicht zwei Ideen in einer vorstellen. Und wir befinden uns hier jetzt in Japan. Und haben hier einmal Kyoto. Die, immer die Kaufstadt von Japan. Und, wie kann das anders sein, natürlich auch Tokio. Sind hier zwei Städtefeinde. Ich finde beide Trikots mega cool. Haben natürlich ihre, ihren eigenen Vibe. Ich weiß nicht, ob das Kyoto-Jersey von jedem was ist. Ich finde es persönlich super cool. Mir gefällt es richtig gut. Da könnt ihr am besten in der Continental-Division starten. Einfach nur mit japanischen Fahrern. Vielleicht könnt ihr auch so ein bisschen auf die Region achten auch. Ihr seht das ja hier immer dann, also natürlich hier die Flagge. Aber auch wenn ihr hier auf das I geht, dann... Man sieht es nicht mehr. Das war früher immer der Fall. Oder... Ja, hier sieht man das bei ihm. Also in Deutschland sieht man es. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch in... Japan sieht. Das kann ich mal eben für euch nachschauen. Nein, hier sieht man nur das Land. Aber nicht so das Problem. Und hier seht ihr auch ein paar Fahrer. Ihr werdet auf jeden Fall auch ein paar vom Spiel generierte Fahrer dann dabei haben, denke ich mal. Was auch irgendwie cool ist. Und ja, in der Continental-Division eben in Asien ein bisschen rumfahren. Ein paar neue Rennen kennenlernen mit wirklich sehr hübschen Trikots. Und ich finde diese Idee quasi so einen Stadtverein quasi aufzubauen, ziemlich, ziemlich cool. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Und es gibt natürlich eine ganze Menge an interessanten Teams hier, die ihr erstellen könnt. Aber als letztes Team für dieses Video möchte ich Global Cycling Network vorstellen. GCN, ich denke auch mal mittlerweile wirklich den meisten Begriff. Natürlich auch durch die Kooperation mit Eurosport jetzt relativ bekannt. Aber auch vor allem als YouTube-Kanal, der sich ja auch so ein bisschen breit in dieser Radsport-Szene zeigt. Im Amateur- wie natürlich auch im Profibereich. Und dass die ein eigenes Team in die Wege leiten, das ist quasi doch eigentlich eine Frage der Zeit, möchte man meinen. Ist in echt jetzt noch nicht auf die Wege geleitet worden. Deswegen vielleicht einfach hier die Möglichkeit in diesem Spiel Großbritannien auf jeden Fall in der Kontinental-Division zu starten. Ich glaube, das würde einfach das Ding catchen, so die Idee. Und hier so Leute holen, die jetzt vielleicht eben noch nicht so extrem gut sind. Wir könnten da überlegen, ja vielleicht nimmt man so ein Team an Jungfahrern, aber auch vielleicht mal den einen oder anderen erfahrenen Fahrer dabei. Ich denke, das könnt ihr euch da gut überlegen. Ich würde also sagen, beides hat eben auch seinen Realismus irgendwie und würde auch irgendwie zu diesem Konzept passen. Wie gesagt, ich finde GCN, also das, die ein Radsport-Team haben, das passt einfach wie Faust auf Eimer. Ja, und genau, das wäre auch das letzte Team für dieses Video. Sagt mir gerne Bescheid, falls ich da nochmal eine Folge von machen kann. Ich habe wirklich noch eine ganze Menge an weiterer Ideen. Das waren die Teams, die ich euch für heute vorstellen möchte. Und ja, ansonsten schaut noch gerne bei den anderen Videos von mir rein. Ich lade gerade ganz viele Tote-Frost-Videos hoch, aber werde jetzt auch demnächst eine Karriere starten. Insofern drückt doch gerne einfach mal den Abonnieren-Button und lasst auch eine Glocke da. Ja, ich bin in dem YouTube-Talk nicht so ganz drin. Wir sehen uns auf jeden Fall. Alles klar, haut rein und bye-bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.